Hey Leute, was geht da? Willkommen zu einem neuen Video und heute werde ich eure Fragen beantworten. Also, wir hatten jetzt nicht viele Fragen, deswegen wird das Video richtig kurz. Wir fangen aber mit den Fragen von einem Teilnehmer an. Und zwar fangen wir mit den Fragen von Monster Gamer an. Frage Nummer 1 von Monster Gamer. Würdest du auch ein Video machen, wo du dein Zuschauer und Post schickst? Unwahrscheinlich. Frage Nummer 2. Machst du mal einen Zweitkanal? Äh, äh, auch unwahrscheinlich. Frage Nummer 3. Was war das Peinlichste, was dir in der Öffentlichkeit jemals passiert ist? Ähm, das war halt so, äh, ich war mal mit meinem Freund draußen so ein bisschen chillen und der hat halt übelst rumgeschrien und dann dachten alle, dass ich es gewesen wäre. Also, das war so krass. Frage Nummer 4. Hast du eine Freundin? Ich hatte mal eine, aber die hat Schluss gemacht, nur weil ich hier nicht mal auf WhatsApp geschrieben habe. Wow. Jetzt kommt eine Frage von Yolo Brolino. Wann zeigst du dich, wenn ich 18 bin? Jetzt kommen richtig viele Fragen von die YouTube Jack Money Shorts. Let's, let's go. Die erste Frage ist, was ist dein Lieblingsfilm? Mein Lieblingsfilm ist Star Wars Episode 8. Ganz ehrlich, der ist einfach nur Marschalladeger. Frage Nummer 2. Ist es dir unangenehm, wenn du in deinen Videos und Videos komisch bist? Ja, ist es. Frage Nummer 3. Wussten deine Eltern, dass du mit YouTube anfängst? Ja. Frage Nummer 4. Oh yeah. Hast du noch andere Konsolen? Ähm, ja, ich hab ne Wii. Und sonst, äh... Mir fällt gar nichts ein. Frage Nummer 5. Spielst du Playmobil? Ja. Frage Nummer 6. Und damit auch die letzte Frage für heute. Hast du schon Wünsche zu Weihnachten? Ja. Und damit, hoffe ich, es hat euch gefallen. Abonnieren, die Glocke aktivieren. Und... Ciao!